Hallo ihr Lieben zu Sei Achtsam! Wir werden heute das meditative Gehen üben, um zu entschleunigen. Wir sind häufig schon am Ziel und wissen gar nicht, wie wir da hingekommen sind. So hetzen wir von einem Termin zum anderen. Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, baue das meditative Gehen einfach ein. Wichtig dabei ist, dass du wirklich ganz bewusst gehst. Jeden Schritt versuchst zu genießen. Lass deine Hände wirklich locker neben deinem Körper hängen und dann versuche ganz bewusst einen Schritt vor dem anderen zu machen und den Fuß abzurollen. Setze die Fersen auf und roll dann Richtung Fußballen ab. Und dann verbinde die Atmung dabei. Das heißt, du atmest ein und machst einen Schritt und du atmest aus und machst den nächsten Schritt. Atme ein und atme aus. Atme durch die Nase ein und atme durch den Mund aus. Und dann versuch noch langsamer zu werden. Atme ein und aus. Atme ein und aus und ein und aus. Es ist gar nicht so leicht, aber probiere es direkt aus, vor allem wenn du das Gefühl hast, du hetzt wieder und rennst durch die Gegend. Ich wünsche dir noch viele achtsame Momente. Namaste.